Herzlich willkommen hier bei cafotos.de und heute mal nur mit einem ganz kurzen Video und zwar geht es um das Gewinnspiel des Sinneburg Fotobuchs. Das geht noch bis morgen Abend 0 Uhr und dann kann einer von euch ein Fotobuch aus dem Hause Sinneburg im Wert von 66 Euro gewinnen. Den Link zum Gewinnspiel, den blende ich euch jetzt hier unten ein. Der steht auch einmal in der Videobeschreibung und kurz zusammengefasst, was ihr tun müsstet. Ihr besucht meine Facebook-Seite und die von Sinneburg, gebt beiden Seiten ein Like und schaut auf meiner Fansite den ersten Beitrag. Der geht ums Gewinnspiel und da schreibt ihr mir rein, warum gerade ihr das Fotobuch gewinnen wollt. Ja, das nur als kurzer Hinweis, dass möglichst viele von euch noch in den Genuss kommen, dieses Gewinnspiel eventuell auch gewinnen zu können und ich verabschiede mich auch schon wieder. Ich freue mich auf die nächsten Videos. Bis dahin. Ciao.